und da sind wir wieder bei einer neuen aufnahme von sword brothers sword and swarsary wir sind bei 17 prozent vom spiel das ist kein sonderlich langes spiel ist und in die spiel ersten teil hatten wir schon aufgenommen jetzt schauen wir mal wie wir durch den zweiten teil kommen ja klicken wir mal den erzähler an und der nächste teil beginnt es ist schön dich wiederzusehen bist du bereit um die nächste sitzung von ss und sep zu beginnen ok so we were we all right now i remember you got a bird and some book known as the megatome ok also wo waren wir ah ja genau ich erinnere mich du hast einen einen schweren schmöker gefunden genannt den ich habe jetzt mich entschieden ich nenne es nicht jetzt den mega schmöker sondern wälzer ist die korrekte übersetzung natürlich von tome also du hast ein schweres buch ein ja ein schweres ein gewichtiges buch genannt den mega wälzer gefunden du hast den todlosen spektra erwacht der und in der dunkelheit unter minji tor lebt was für ein widerlicher kerl habe ich recht it's a time of wo a sinister thunderstorm has clouded the skies and the lovely people who live in the hut are miserable es ist eine zeit der leiden ein finsterer donnersturm hat die himmel verdunkelt und die netten leute die in der hütte leben fühlen sich fürchterlich silencing this storm will require some familiarity with psionics cryptozoolology and miracles den sturm zum schweigen zu bringen wird einiges an wissen über psionic cryptozoologie und wunder benötigen and a sorceress touch will unseal the megatome revealing the unspoken thoughts of living creatures and other esoteric material und der die berührung eines magiers wird die fähigkeiten des mega wälzers enthüllen die gedanken von lebenden kreaturen und weitere esoterische sachen zu enthüllen und es gibt noch die merkwürdigen sylvanischen feen quellen der zauberei die in den in den in den teichen wäldern und wiesen leben suche ihre sonore spumes keine ahnung das weiß ich jetzt grad nicht suche ihre wahrscheinlich ihre sonoren also ihre klingenden hm spumes keine ahnung so a swarcerer who can locate summon and tame the cosmic geometry of the golden trigon will possess the ability to work miracles ein zauberer dem es gelingen sollte die kosmische geometrie des goldenen dreizacks zu entzubändigen wird die fähigkeit besitzen wunder zu wirken konfust excellent keep calm and carry on verwirrt prima wunderbar behaltet die ruhe und macht einfach weiter super wir sind also jetzt hier wieder zurück es regnet und der donnersturm hat den himmel verdunkelt wir wollen einfach mal schauen was sich uns als nächste aufgabe stellt die tür ist verschlossen wenigstens können die dunklen kreaturen die in der nähe der alten straße leben nicht ihr unwesen treiben schauen wir mal nach unserem dorffolk das zeichnen die leuten wirklich nicht gut zu gehen se man bestimmt die hütte schon ewig nicht mehr verlassen Das dunkelhaarige Mädchen, bekannt als Mädchen, spürte das Leiden. Seit der Sturm begann, hat das Mädchen die Gischtwesen, die klingende Gischt der sylvanischen Feen, die in den Wäldern in der Nähe gehaust haben, gesehen. Sie überlegte, ob die drei sylvanischen Feen eventuell dabei helfen könnten, den Sturm zu vertreiben. Sie bat uns darum, die lebende Gischt oder die klingende Gischt, die direkt vor der Hütte im Wasser vor sich hin blubberte, zu untersuchen. Das Mädchen sprach außerdem von einer weiteren Fee auf einer Wiese in der Nähe und einer weiteren in einer Nestbox, die Heimat dreier, regengetränkter Singvögel, war. Das Mädchen sagte uns, wir sollten diese klingende Gischt aufsuchen und die drei sylvanischen Feen befreien. Und sie gen Himmel schicken, damit sie mit dem Lied der Magie gen Himmel zu schicken. Ja, dann machen wir das doch. Der Waldmann, bekannt als Holzkopf, hatte sein Holzhacken aufgegeben, aufgrund des finsteren Sturms aufgegeben. Lockfeller erinnerte uns daran, dass der Sturm genau dann aufzog, als wir den Mega-Wälzer unterhalb von Mingi Thor an uns genommen hatten. Was Lockfeller not so subtly suggesting, that maybe we ought to try to do something to lift the storm? Könnte es sein, dass Lockfeller sich vielleicht, ähm, eventuell uns, ähm, äh, uns vorschlagen wollte, dass wir den, den Sturm zu beheben haben? Niemals. Unmöglich. Der Hund hat auch keine Lust, mit uns rauszukommen. Inside the hut, the heart was quietly crackling with familiar warmth. Im Innern der Hütte brannte das Feuer mit einer bekannten Wärme. Ah, da haben wir den Herren hier, der uns bestimmt jetzt erklärt, wie wir die, das Ding hier zum Leben erwecken können. Es ist Zeit, das Lied der Magie zu lernen. Eine bewusst, eine bewusstseinserweiternde Technik, die eine mystisch-musikalische Dimension erweitert, ähm, enthüllt. Keep calm and follow my directions to summon the sylvanischen Sprite that softly slumbers in the cool waters of the deepwater pond. Behalte, behalte die Ruhe und folge meinen, meinen Anweisungen, um die sylvanischen Feen, die leicht in den kühlen Gewässern des Tiefwasserteichs vor sich hin schlafen. Zu wecken. Da schläft wohl so eine sylvanen Sprite. Erwecken wir die Kraft der Swarcery in uns. Also. Führen wir die Lichter zum schlafenden Wesen. Und da ist er auch schon. Und wir haben ihn gen Himmel geschickt. Wir sangen ein Lied der Zauberei und beschworen die schlafende sylvanische Fee aus den kühlen Wassern des Tiefwasserteiches. So merkwürdig. So war es von merkwürdig. Wäre wahrscheinlich eher der richtige Ausdruck dafür. So, jetzt gehen wir mal zu dieser Meadow. Das kann ja eigentlich nur die Meadow. Huch. Da ist nochmal einer. Sehr gut gemacht. Du hast die Lied der Magie gelernt. Du hast die Lied der Magie gelernt. Und jetzt ist die unglaubliche Kraft des Megatoms. Du hast das Lied der Magie gelernt. Und jetzt ist die unglaubliche Macht des Mega-Wälzers dein. Der Megatom intercepts linguistic thought transmissions and it contains everything you need to complete your woeful errand. Der Mega-Wälzer schaltet sich zwischen wörtliche Gedankenströme hinein und enthält alles, das du benötigst, um deine Aufgabe zu erledigen. Ich denke im Augenblick an etwas ganz Bestimmtes. Warum öffnest du nicht den Mega-Wälzer und schaust hinein, um herauszufinden, was in meinem Kopf vorgeht? Look for a white triangle in the top right, tap it and then equip the Megatom to reveal what is hidden. Achte auf ein weißes Dreieck im oberen rechten Teil des Bildschirms, berühre es und und dann benutze den Mega-Wälzer, um zu enthüllen, was versteckt ist. Oh, da ist es ja. Megatom. Gucken wir mal rein. Sehen wir die Gedanken von diesem Kerl hier. As you can see, the Megatom gathers and collects linguistic thought transmissions. Scroll down to see what I was thinking before. To sing a song of sorcery at any time, tap and hold upon the scoochian for a moment or two and for a moment or two and observe the gathering sorcery aura. Once you have begun to sing a song of sorcery, tap and hold on the sorcery aura and swipe to look around. To stop the song of sorcery at any time, simply double-click the sorcery aura that surrounds the scoochian. Okay, das ist eigentlich jetzt bla bla bla, das ist nur Erklärung. Das muss ich jetzt nicht wirklich übersetzen. Das ist alles recht offensichtlich, das muss man eigentlich nicht erklären. Was habt ihr jetzt gesehen? Ich habe auf die Figur geklickt und dann hat sich so ein Aura gebildet und diese Aura hat mir dann ermöglicht, überhaupt erst zu zaubern. Und da ist offensichtlich nochmal so ein Ding. Deswegen, ja, ich habe es schon gesehen. Und jetzt schnappen wir uns doch einfach mal, gucken wir einfach mal an zu zaubern. Vielleicht, ne, hier geht es noch nicht. Hier vielleicht? Bam! Ups, warte mal. Ich muss erstmal dahin gehen vielleicht. Tip tap. Untersuchen wir mal den Pilz, der da ist. Pilz. Mhm. Ein Pilz. Gut, Pilz gesammelt. Hm. Okay, warte mal. Hm. 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 Ah, ich glaube, ich kann die, ja, ich kann die mal anklicken, wenn die nach links gucken. Und damit habe ich jetzt den Sylvan Sprite befreit. Schicken wir ihn in den Himmel. We just woke a slumbering Serpent Sprite from the rich earth of the meadow containing four pairs of worthless sheep. Four pairs. Okay, wir haben gerade eine schlafende sylvanische Fee aus der reichhaltigen Erde der Wiese erweckt oder der saftigen Erde der, keine Ahnung, rich earth, ja, müssen wir was anderes überlegen. Containing four pairs of worthless sheep mit vier Paaren nutzloser Schafe erweckt. So, dann hat die Dame außerdem noch von einem weiteren Ort gesprochen, an dem wir eventuell nochmal so eine sylvanische Fee oder so etwas finden. Und da können wir einfach mal gucken gehen. Wir schritten also wieder an der Hütte vorbei und unser Hund machte mal wieder Platz, da er offensichtlich keine Lust hatte, Mitte weiter zu laufen. In Richtung der alten Straße. Ah ja, hier sieht man wieder den Sylvan Sprite und diese drei Vögelchen, von der die Frau schon gesprochen hatte. Und jetzt schnappen wir uns mal diesen, das hat wieder bestimmt, genau wie bei den Schafen auch was, ein bisschen näher dran sein. Und jetzt kann ich die Magie zünden. Okay, das hat bestimmt irgendwas mit den Vögeln zu tun. Oh, okay, das war ja einfach. Tschüssi. Wir haben gerade eine schlafende sylvanische Fee aus einer merkwürdigen Nestbox erweckt, die von drei regengetränkten Singvögeln umringt war. Oh, der Hund freut sich jetzt wahrscheinlich gerade. Ah, das Mädchen hat uns beobachtet, glaube ich. Oh, warte, ich sollte mal kurz gucken, wer da jetzt gerade, ich glaube da hat jetzt gerade jemand was gedacht. Mal schauen, vielleicht. Ah, guck mal hier, die haben alle was gedacht. Oh, ich habe gesehen, die Schüthien singen Song of Sworcery und senden die drei Sylvans Brides skyward. Ich wundere, ob sie soothe die storm. Oh, Lockfall ist freaking out about something. Ich wundere, was ist, ich werde einfach raus und einfach ihn be für ein bisschen. Ich wundere, ich wusste noch mehr über die Schüthien, das Compelling und Epic Backstory, weil ich bete, es würde alles machen, weil es alles gibt. Ich habe gesehen, wie die Schüthierin ein Lied der Magie sang und drei sylvanische Feen gen Himmel schickte. Ich frage mich, ob sie den Sturm beruhigen werden. Wow, Holzkopf ist irgendwie komplett durcheinander wegen irgendwas. Ich frage mich, was los ist. Ich gehe einfach mal nach draußen und lasse ihn für ein bisschen in Ruhe. Ich wünschte, ich wüsste mehr über die Hintergrundgeschichte, über die unglaublich tolle und epische Hintergrundgeschichte der Schüthierin. Ich gehe davon aus, dass sie allem einen Sinn ergeben würde. Trotzdem ist ja immer noch irgendwas merkwürdig mit der Art und Weise, wie die Schüthierin sich verhält, als würde sie von irgendeiner äußeren Kraft beherrscht. Nein, wirklich? Wie kommt denn das? Oh, wir gucken, was der Hund denkt. Ja, bark, 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 was so viel wie wow, 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 wow heißt. Okay, sometimes I grow weary of barking all the time, but a dog's gotta do what a dog's gotta do. What a dog's gotta do. Manchmal wird mir irgendwie das ganze Gebelle zu viel, aber ein Hund muss tun, was ein Hund tun muss, was ein Hund tun muss. Okay, meine eigenen Gedanken brauche ich jetzt nicht zu wingend lesen. Gehen wir mal gucken, ob in der Hütte der Kerl jetzt uns irgendwas erzählen kann, der jetzt gerade eben so verwirrt schien. Ja, er scheint wirklich wegen irgendwas durchzudrehen. Der traurige Holzmann oder der traurige Holzfäller, auch bekannt als Holzkopf, war komplett am Durchdrehen wegen irgendwas. Apparently, Lorgfäller had lost the key to the locked door in the stone wall that blocked the old road to Minjitao. Anscheinend hatte Holzkopf den Schlüssel, der das Tor in der steinernen Wand versperrte, die zur alten Straße nach Minjitao führte, verloren. We were like grown, not another fetch quest, am I right? Und wir waren dann so, oh, schon wieder eine Fetch Quest, ne? Habe ich recht? Lorgfäller told us he had been sitting right there by the fire when he had fallen into a deep sleep. Holzkopf erzählte uns davon, dass er gerade hier gesessen hatte, beim Feuer, als er in einen tiefen Schlaf gefallen war. Lorgfäller said he thought he had lost his key in the twilight realm of dreams. Holzkopf sagte uns, er glaubt, dass er den Schlüssel irgendwo in der Zwischenwelt der Träume verloren hatte. Wir hatten schon von den merkwürdigen Träumen des dunkelhaarigen Bergvolks vom Kaukasus gehört und deswegen machte das für uns alle komplett Sinn. Lorgfäller invited us to warm our body, our boots by the fire and dream along with him. Holzkopf lud uns ein, unsere Füße beim Feuer aufzuwärmen und mit ihm gemeinsam zu träumen. Na, dat machen wir doch gleich sofort. Und schon übermannte uns der Schlaf. Und wir tauchten ab in eine andere Welt, in die Zwischenwelt der Träume. Oder in dem Fall die B-Seite. Traum. Wir standen auf einem Berg und begaben uns die Treppe hinunter in die Welt der Träume. Beobachte. Ein merkwürdig singender und tanzender Bär? Der sich verpisst, sobald ich hinlaufe. Okay. Hasen, die weglaufen. Na, dann gehen wir nochmal dem Bär hinterher. Da ist er schon wieder. Und dann läuft er weg. Keine Ahnung, warum der wegläuft. Der macht sich irgendwie einen Scherz, glaube ich. Oh, guck mal. Yay. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Voll gut. Was habe ich jetzt da in dem... Okay, was denkt gerade Lorkfeller? I sure hope the dreamwalking is good here and can find the lost key. Find my lost key. I lost it on the sandy shore of a placid lake. Okay, gut. Das brauchen wir jetzt nicht. Was machst du? Seek a warm heart and allow sleep to come to discover the threshold of liminality. Okay, ja. Das sind wieder nur Spielanweisungen, die schon längst irrelevant sind, weil wir so episch sind, dass wir alles von alleine hinbekommen. Aber wir können uns einfach mal hier hinsetzen und uns wieder... Weil wir müssen ja im Traum einschlafen, um in der Wirklichkeit wieder zu erwachen, ne? Oder sterben, aber schlafen ist irgendwie ein bisschen weniger schmerzhaft. Von der B-Seite zurück zur A-Seite. Der Holzfäller war absolut erfreut darüber, dass wir es geschafft hatten, seinen verlorenen Schlüssel aus der Zwischenwelt der Träume zurückzubringen. Der Holzfäller, genannt als Holzkopf, fragte uns, wie wir denn so schlau geworden sind und befragte uns über unsere leidvolle Aufgabe. Wir erzählten dem Holzmann davon, wie wir neben unseren skütischen Schwestern auf den Brüdern und Schwestern auf den Steppen aufgewachsen sind. Mein Gott. Wir erzählten dem Holzfäller davon, wie wir hier in dieser Bergwildnis herumwanderten. Und dass wir vom Finger eines allwissenden Gottes gelenkt werden. Wir erzählten Holzfäller davon, was wir glaubten, dass die Zeichen im Mega-Wälzer bedeuten würden. Wir hatten das Gefühl, dass wir noch mehr von den sylvanischen Feen erwecken müssten, um den Sturm zu beruhigen. In einem gehauchten Flüstern sprachen wir von unserer Absicht, die Manifestation einer der kosmischen Geometrie, auch bekannt als der goldene Dreizack, zu sämen. Es war 100% sicher, dass der Holzfäller, bekannt als Holzkopf, schon längst damit aufgehört hatte, uns zuzuhören. Wir dachten uns, wir könnten auch einfach den Schlüssel benutzen und einen kleinen Reiseunternehmen auf der alten Straße hinter der steinernen Wand. Ich bin gespannt, was er... Nichts Neues? Okay. Schon gedacht, dass er uns das jetzt irgendwie sagt. Okay. Ja. Geh raus. Ah, der Hund ist wieder... Ah ja. Denke ich doch, dass da... Dass da irgendwas... Muss doch da rausgekommen sein. Er muss doch irgendwas gedacht haben, während wir ihm den Kram erzählt haben. Ich fragte die Sküthierin, point blank, über ihre woevolle Erdung. Sie hat angefangen, über die Schritte und den Finger von Gott zu sprechen. Ich fragte die Sküthierin frei heraus nach ihrem, nach ihrer leidvollen Aufgabe und sie begann darüber, über irgendwelche Schritte und den Finger von Gott zu sprechen. I must have nodded off at some point during the Sküthierin's super epic story. I have a really low tolerance for law. Ich muss irgendwann eingeschlafen sein, als die Sküthierin mir ihre super epische Geschichte erzählte. Ich hab wirklich keine hohe Toleranz für Hintergrundwissen.